Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich noch ein letztes Mal, hoffentlich letztes Mal, mit dieser Aufgabe hier beschäftigen. Die hat mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe diese Aufgabe schon mal in einem vorherigen Video mithilfe der Zwei-Port-Theorie berechnet. Dann gibt es ein Video, da habe ich mir das Ganze mal mit dem Superpositionsprinzip angeschaut. Und dann gibt es noch ein Video, die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich diese Aufgabe hier, dieses Problem noch mit der Maschenstrom-Analyse gelöst habe. Und das, was ich jetzt in diesem Video machen möchte, was das Ziel dieses Videos ist, ist einfach nochmal eine kleine Probe zu dieser Aufgabe zu machen im Netzwerksimulator ATSpice. So, dafür mache ich mal gleich meine Kamera ein bisschen kleiner. Falls man ATSpice nicht kennt, kann man sich auf der Webseite von Analog Devices runterladen. Kostenlos für Windows und für Mac und das installieren. Und wenn man das dann startet, ich habe hier glaube ich immer noch die alte Version drauf und müsste mal irgendwann updaten, dann sieht das so aus. Und dann klickt man hier auf New Schematic, kriegt einen schönen grauen Hintergrund. Und jetzt müssen wir als erstes mal diese Schaltung hier nachbauen. Und dafür suche ich mir vielleicht mal nochmal die Originalaufgabe raus. Die habe ich hier, da sind nicht so viele Markierungen drin. Und tja, was brauchen wir jetzt? Also wir brauchen auf jeden Fall zwei Spannungsquellen. Die finden wir hier unter Edit und Component. Oder wenn man F2 auf der Tastatur drückt oder wenn man hier auf Component klickt. Und dann heißen Spannungsquellen eben Voltage. Und das passt hier schon mal für die erste Spannungsquelle ganz gut. Der Spannungspfeil zeigt ja von Plus nach Minus, von oben nach unten. Das passt hier, wenn ich die jetzt drehen möchte für die zweite Quelle. Hier so unten in dieser Ecke des Fensters steht STRG R to Rotate, CTRL E to Mirror. Also mit STRG R kann ich das Ding drehen, kann die Richtung umdrehen, sodass der Spannungspfeil so wie bei der zweiten Quelle hier drüben eben nach oben zeigt. So, dann, ups, jetzt habe ich hier schon eine dritte hingebaut. Also mit Escape kommt man da wieder raus. Mit Entfernen auf der Tastatur kann man so eine kleine Schere aktivieren und die löschen. Mit Escape kann man auch diese Schere wieder deaktivieren. So, dann brauche ich eine ganze Reihe Widerstände. Und die Widerstände findet man hier bei Resistor oder auch hier unter Component oder Edit und mit einem R auf der Tastatur. Und jetzt baue ich erstmal diese Innenwiderstände hier rein. Hier jeweils drunter. Und jetzt brauche ich hier drüben noch mit ein bisschen Platz diese zwei Lastwiderstände. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das hier so ein bisschen dreidimensional gezeichnet ist, ist auch eher da, um Leute, Studierende potenziell vielleicht zu verwirren, vielleicht auch Sprachmodelle zu verwirren, weil das eher untypisch ist. Also der entscheidende Punkt ist, über diesen Widerständen und über den beiden Quellen, die sind ja alle oben und unten an dem gleichen Knotenpunkt angeschlossen, fällt eben die gleiche Spannung ab. Die sind einfach parallel. Also diese vier Zweige hier sind einfach alle parallel. So, dann kann man Space drücken. Dann zoomt das so eigentlich so, dass das ganz gut auf den Bildschirm passt. Und jetzt nehme ich mir erstmal das Wire Tool und verdrahte das hier alles miteinander. Und ich mag das immer ganz gerne, erstmal mit der äußeren Masche anzufangen. Und wenn man das macht, sieht man, dass dann diese Anschlusspads sozusagen verschwinden. Da, wo man hier Knotenpunkte baut, da kommt dann auch tatsächlich ein Knotenpunkt raus. Und dann kann man einfach alle Widerstände miteinander verdrahten. Das, was wir jetzt noch brauchen, als nächstes ist ein Masseknoten. Den braucht man für die Knotenspannungsanalyse oder modifizierte Knotenspannungsanalyse, die hier im Hintergrund stattfindet für die Simulation, für die Netzwerkberechnung. Praktisch einfacher als Bezugsknoten, als Referenzknoten. Der ist jetzt hier unten angeschlossen. Und jetzt können wir den ganzen Bauelementen noch Werte geben. Die stehen ja alle in der Aufgabenstellung. Also das sollen 440 Volt sein. Das sollen auch 440 Volt sein. Dieser Widerstand hier, den nenne ich mal tatsächlich Ri1. Das sollen 0,4 Ohm sein. Also hier muss man einen Punkt schreiben statt ein Komma. Und den Widerstand nenne ich Ri2. Und der soll einen Wert von 0,5 Ohm bekommen. Und dann haben wir noch diese beiden Lastwiderstände. Ich habe ja mal vermutet, dass das B hier vielleicht für Bremswiderstand steht. Wenn ihr eine andere Idee habt, wofür das B stehen könnte bei einem Verbraucher. Vielleicht für Braucher. Aber also ja, hier ist immer noch dieser kleine Tippfehler in der Aufgabe. Also das sollen 10 Ohm sein. Und das hinten sollen 12 Ohm sein. Und die nenne ich auch mal so um, dass das eben RB1 ist. Und das hinten RB2. So, damit ist die Schaltung fertig gebaut. Die ganzen Bauelemente haben alle sinnvolle Werte. Jetzt kann man eigentlich schon auf Simulieren klicken. Auf dieses kleine Männchen hier Run. Oder diese kleine Person. Und das, was wir jetzt simulieren wollen, ist nicht Transient und keine komplexe Wechselstrom-Spannungsrechnung. Sondern wir wollen einen Gleichspannungs-Gleichstrom-Arbeitspunkt bestimmen dieser Schaltung. Einen DC Operating Point. Und dann klickt man einmal auf OK. Und dann berechnet der. Und dann kriegt man hier so ein schönes Fensterchen mit Ergebnissen. Und jetzt müsste ich mal vielleicht vorher mein AT-Space-Fenster hier ein ganz bisschen kleiner machen. Dass wir da unten noch die Ergebnisse sehen. Und ich klicke nochmal auf Run. Und da kommen die Ergebnisse. So, und wenn man das jetzt mal vergleicht. Also dann kommt raus für den Strom durch den Widerstand R1. Kommen minus die 983 raus. Tja, warum jetzt minus? Ja, ich habe vorhin den Widerstand einfach angeklickt und hier reingebaut in die Schaltung. Und dann ist das so eine Sache, die man wissen muss. Dann zählt der Strom durch diesen Widerstand eben nach unten. Von oben nach unten. So wie auch durch die Quelle. Sieht man hier. Also IV1 ist genau das Gleiche. Auch AT-Space zählt auch den Strom durch die Quellen vom Plus nach Minus. Und hier unten kommt einfach das entgegengesetzte raus. Warum? Na ja, weil hier der Strom nach oben zeigt. Den Widerstand können wir gleich mal umdrehen. Wir können ja erstmal den Widerstand, den Strom durch den zweiten Innenwiderstand prüfen. I2, das sollte dieser hier sein. I, R, I2. Das sind 973 oder 974 Runde. Da sieht man, das passt. Ja, also die NLT-Spice zeigt im Moment, zeigen beide Ströme nach unten. Hier zeigt ein Strom nach oben. Deswegen kommt der negativ raus. Ein Strom nach unten, der passt. So, ich klicke das mal zu und nehme mal, da bin ich mir immer nicht so sicher, welches Werkzeug ich jetzt nehmen muss. Eines von diesen Händen hier hinten. Und zwar das, genau dieses hier, wo ich den Widerstand einfach so rausziehen kann, ohne dass die Kabel daran mitkommen. Und dann steht wieder hier unten in der Ecke, Ctrl R to Rotate, Strg R zum Drehen. Und ich drehe den jetzt einmal um 90 Grad und nochmal um 90 Grad. Dann habe ich den um 180 Grad gedreht. Dann ist das ein bisschen spannend. Dann sieht der Widerstand im Endeffekt immer noch genauso aus wie vorher. Also außer vielleicht, dass die Beschriftung auf der anderen Seite ist. Ja, hier fehlt mal irgendwie so ein Punkt oder ein Pfeil dran oder was auch immer. So, wenn ich jetzt auf Simulieren klicke, dann sieht man, jetzt kommt auch der richtige Strom da raus. Nämlich, also richtig auch im Sinne des Vorzeichens 883 Ampere ungefähr. Hier haben wir die, also 983 Ampere, 974 Ampere. So, und die Ströme durch die Brems- oder Verbraucherwiderstände, die sind eben auch 4,7 und 3,9 Ampere, genau zu dem, was ich vorher sowohl mit Zweipeltheorie, Superpositionsprinzip als auch Maschestromanalyse ausgerechnet habe. Und in diesem Sinne nochmal eine schöne Probe und Bestätigung dieser Aufgabe, die man natürlich als Student, als Studentin vielleicht nicht in einer Prüfungssituation nutzen kann. Aber wenn man solche Aufgaben mal testweise zur Probe zum Üben rechnet, bietet es sich, glaube ich, immer an, also die Aufgabe schreit förmlich danach, hier mal eine Probe verpasst zu kommen mithilfe eines Netzwerksimulators. Und da nutze ich persönlich zum Beispiel eben sehr gern dieses LTSpice hier.